Meine erste Powerbank habe ich mir vor ziemlich genau zehn Jahren gekauft. Das ist das Teil hier. Das war damals eigentlich ziemlich cool. Und meine neueste Powerbank habe ich mir vor ungefähr ein paar Wochen geholt. Und was sich in den zehn Jahren so geändert hat, das schauen wir uns heute mal an. Viel Spaß. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber in Sachen Powerbanks, Ladekabel, Ladegeräte, Powerstations und so weiter, da kann ich einfach nicht Nein sagen. Das ist wirklich eine kleine Sucht geworden und ich muss mich wirklich oft zügeln, nicht jedes gute Angebot für jedes gute Ladegerät direkt mitzunehmen. Das letzte Mal, als ich wirklich täglich darüber nachgedacht habe, ob ich jetzt mal zuschlagen soll bei einer Powerbank, war im letzten Jahr und das war bei der Anker Powerbank 737. Das Design, das integrierte Display und auch die Leistung, die das Ding hatte, haben mich wirklich angefixt, aber ich konnte allen Glück widerstehen. Und wichtiger Punkt an der Stelle auch, ich brauche eigentlich gar keine Powerbank. Ich bin im Homeoffice, ich bin selten so viel unterwegs mit so viel Equipment, dass ich unbedingt unterwegs noch mein iPad oder mein iPhone aufladen muss. Das kann mal vorkommen, aber die paar Male im Jahr sind wirklich sehr, sehr selten. Aber dieses Jahr kam dann die neue Anker Prime Serie auf den Markt mit Powerbanks von 12.000 bis 27.650 mAh. Und die haben noch mal so ein paar mehr Funktionen mitgebracht, die mich dann doch schwach werden haben lassen und ich konnte nicht Nein sagen. Und da das größte Modell auch die meisten Features hat, habe ich natürlich zum größten Modell gegriffen. Und das ist sie. Das ist die Anker Prime 27.650 mAh. Bisschen komischer Name, um ehrlich zu sein. Also letztes Jahr das 737 fand ich ein bisschen leichter sich zu merken, aber gut, ist wie es ist. Der Lieferumfang der Powerbank ist relativ schnell erklärt. Ein bisschen Papierkram, ein 140 Watt USB-C Kabel, das ist ziemlich gut, sollte man sich wegpacken auf jeden Fall. Und eine Tasche zum Aufbewahren. Die Tasche ist jetzt nichts Besonderes, das ist jetzt nicht irgendwie ein riesiger Schutz, aber da die Powerbank vorne doch eine sehr glatte und glossyartige Oberfläche hat, kann ich mir vorstellen, dass es da relativ schnell Kratzer geben wird. Also wenn das Ding in den Rucksack kommt, packe ich es zumindest immer in die Tasche rein. Ich muss aber auch sagen, dass ich mir für den Preis eher noch einen Hartschalen-Case oder sowas gewünscht hätte, was dabei wäre, in dem man auch direkt noch das Kabel noch mit reinmachen kann. Aber gut, man kann eben nicht alles haben. Und ja, die Powerbank ist ein richtiger Klopper, aber die große Ladeleistung muss natürlich auch irgendwo hin. Und das Design gefällt mir besser als das vom letzten Jahr. Wir haben an der Seite so geriffeltes Material, so geriffelten Kunststoff, dadurch liegt sie relativ gut in der Hand. Und vorne haben wir dann diese, ja, glasmäßige, es ist kein Glas, aber so Kunststoffglas-ähnliche Oberfläche. Das Display an der Vorderseite ist nice to have, aber auch wirklich nützlich. Es kann den aktuellen Batteriestand anzeigen und auch anzeigen, wie viel Leistung gerade aus jedem der drei USB-Ports rausgeht. Ein kleines Info-Display zur Batteriegesundheit und zur Temperatur der Powerbank sein, wenn man das braucht. Und man kann neben der Bluetooth-Einstellung auch noch die Displayhelligkeit und das Display-Timeout einstellen. Oben an der Powerbank sind dann die drei Ports, einmal USB-A, zweimal USB-C und an der rechten Seite ist noch so ein Knopf. Auf der Unterseite finden wir einen Konnektor. Und wieso, weshalb, warum, das klären wir später. Die Powerbank unterstützt Power Delivery 3.1, was auf dem Papier theoretisch auch eine Ladeleistung von bis zu 240 Watt ermöglichen würde. Da das aber nur eine ganz normale Powerbank am Ende des Tages ist, sind hier 140 Watt für einen USB-C-Port das höchste der Gefühle. Ich weiß aber auch eindlicherweise nicht, wie viel mehr man noch aufladen muss. Also das einzige Gerät, was ich hier habe, was wirklich 140 Watt schlucken kann, ist mein MacBook Pro 16 Zoll. Mehr fällt mir da tatsächlich auch gar nicht ein. Anker wirkt hier auch noch mit einem Ladeschutz und einem Temperaturüberwachungssystem, was da eingebaut ist. Das ist alles ganz cool und auch schönes Marketing, bla bla. Am Ende zählt natürlich, wie das Ding im Alltag performt. Und darum kümmern wir uns jetzt. Die Powerbank, das ist auch irgendwie blöd, wenn ich den Namen nie wirklich komplett ausspreche, aber der ist einfach zu lang, um ihn jedes Mal zu erwähnen, hat wie auch bereits erwähnt eine Kapazität von 27.650 mAh. Und das entspricht laut Anker 99,54 Wattstunden. Und das ist gerade noch im Rahmen, um es im Flugzeug im Handgepäck mitnehmen zu können. Das werde ich in nächster Zeit erstmal nicht ausprobieren, deswegen müssen wir das einfach so glauben. Nutzt man alle drei Ports gleichzeitig und mit den richtigen Kabeln, das muss man natürlich immer voraussetzen, dann ist es tatsächlich möglich, eine Ausgangsleistung von 250 Watt zu bekommen. Natürlich nur für einen kurzen Zeitpunkt und auch nicht wirklich immer, weil das eben auch wieder vom Ladestand des Akkus derzeit abhängt. Und auch davon, wie viel die angeschlossenen Geräte gerade aufnehmen können. Das ist schon ganz schön wild, ob das jetzt im richtigen Leben so oft zum Einsatz kommt, dass man diese massive Ladeleistung benötigt für drei Geräte insgesamt, glaube ich jetzt eher nicht. Aber dass es um so eine kleine Powerbank geht und mit der Kapazität, ist davor schon ziemlich cool. Ansonsten macht eben jeder USB-C-Port bei Einzelnutzung 140 Watt und der USB-A-Port 65 Watt. Und was an Ladeleistung dabei rauskommt, wenn man zwei Ports gleichzeitig benutzt, blende ich euch jetzt mal hier ein, dann muss ich das alles nicht auch noch erzählen. Und ja, mit den Ports lässt sich dann eben alles, was man aufladen kann, aufladen. Und dass ich mein MacBook Pro mit einem MagSafe-Kabel, mit einer Powerbank mit 140 Watt aufladen kann, ist schon ziemlich verrückt, aber auch sehr, sehr cool. Auch wenn das natürlich nur von kurzer Dauer ist. Jetzt ist das bei Powerbanks ja immer so eine Sache mit der Kapazität. Rein theoretisch müsste ich mit 27.650 mAh mein MacBook Pro dreimal, gute dreimal aufladen können. Denn das hat ja ungefähr 8.600 mAh. Da das aber immer von der Spannung am USB-Port und am Endgerät usw. abhängt, ist das einfach nicht realistisch. Realistischer ist, dass ich bei einer wirklichen Ladung von 140 Watt, die auch nicht dauerhaft da sind, auf gerade mal so einmal komme und das MacBook Pro 16 Zoll gerade so voll kriege. Solche Sachen muss man sich einfach bei so einem Kauf vor Augen halten. Und es ist eben nicht so, dass ich einen 2500 mAh Akku mit einer 10.000 mAh Powerbank viermal laden kann. Man kommt da eher so auf zwei bis zweieinhalb Mal. Das ist halt alles so ein bisschen Rechnungssache. Da das hier aber kein wissenschaftlicher Test ist und ich euch einfach nur zeigen will, wie das Gerät so im Alltag performt hat, lassen wir das alles mal so ein bisschen beiseite und ich sage euch einfach, was mir so aufgefallen ist. Ich habe es zum Beispiel mit dem MacBook Pro natürlich ein paar Mal getestet und das MacBook Pro war bei 30% und die Powerbank war voll. Mit dem MagSafe Kabel war das MacBook in knapp einer Stunde bei 94% und die Powerbank war tot. Das ist okay, aber das sind eben keine dreimal. Das Ergebnis ist sicherlich auch nochmal anders, wenn man dann nur mit einem 100 Watt Kabel, nur mit USB-C lädt, dann hat man vielleicht nochmal das eine oder andere, was an Power übrig bleibt, aber das variiert eben. Und Anker gibt natürlich auch immer diese Beispiele an, bei den Werbebildern. Da sieht man dann, wie oft kann ich mein iPhone laden, mein MacBook, mein was auch immer. Das ist halt oft nur nicht das, was in der Realität dann auch wirklich passiert. Aber dennoch war ich mit den Ergebnissen, die ich erzielt habe, eigentlich recht zufrieden. Ich mache mir auch nicht so viel aus Kapazitäten, muss ich dazu sagen. Mir geht es eher darum, wie schnell meine angeschlossenen Geräte wieder voll sind. Das ist für mich in dem Moment wichtiger. Klar, die Powerbank ist dann irgendwann leer, aber dafür hat das Gerät, was Strom braucht, wieder Strom und das ist in dem Moment das, was für mich zählt. Und das war mit der gegebenen Ausgangsleistung, die ich jetzt an der Powerbank hatte, wirklich immer gut. Egal ob iPhone, MacBook, iPad, eine Kamera, irgendwas anderes. Das hat immer gut funktioniert, schnell funktioniert und vor allem auch zuverlässig funktioniert. Ich habe auch relativ oft mein McDodo Kabel benutzt. Das habe ich ja auch mal ein Video dazu gemacht, kann ich euch auch mal gerne hier irgendwie verlinken. Das ist ein Kabel, das quasi die Wattleistung anzeigen kann, die da gerade rausgeht. Das Kabel kostet 10 Euro, deswegen hat die Powerbank wahrscheinlich die genaueren Werte. Aber oft hat das natürlich trotzdem mehr oder weniger gestimmt, was diese beiden Geräte angezeigt haben. Und dementsprechend denke ich, dass das, was da rausgeht, auch wirklich das ist, was uns angezeigt wird. Aber eins ist Fakt, ihr kriegt eure Geräte unterwegs damit sicherlich mehrfach aufgeladen. Also Smartphones sicherlich auf jeden Fall, ein Tablet auch mal. Auch ein MacBook wird je nach Modell immer besser oder schlechter mal aufgeladen werden. Das ist halt bei einem MacBook Pro wieder anders als bei einem MacBook Air, das ist ja auch ganz klar. Aber selbst bei einem MacBook Air hätte ich eben unterwegs wieder mit so viel Energie füttern können, dass ich locker noch für ein paar Stunden hätte damit arbeiten können. Ich hatte die Powerbank auch mit auf der IFA und es war echt gut zu wissen, dass egal was jetzt leer geht, es jetzt erstmal aufgeladen werden kann. Um dann wieder genug Power für den restlichen Tag zu haben. Und apropos aufladen, die Powerbank kann mit bis zu 170 Watt aufgeladen werden. Dazu benötigt man aber in dem Fall zwei Netzteile, die halt 170 Watt zusammen haben oder mehr sogar. Zwei passende USB-C-Kabel und man blockiert beide USB-C-Ports an der Powerbank. Aber das funktioniert ganz gut. Ich bin eher nur auf 150 Watt gekommen. Aber selbst das ist natürlich top und die Powerbank ist relativ schnell wieder voll. Das hängt auch alles wieder davon ab, wie voll der Akku ist. Ihr seht, das hat immer alles so ein bisschen was damit zu tun. Anker selber sagt, dass man diese 170 Watt nur erreicht, wenn der Akku mindestens 55% voll ist. Da war ich drüber, ich habe es trotzdem nicht erreicht. Meine Netzteile hatten 240 Watt zusammen. Ist aber egal, ich fand das Ergebnis trotzdem gut. Und wenn man mit dem richtigen USB-C-Kabel, zum Beispiel dem, das dabei lag, und dem richtigen Netzteil die Powerbank auflädt und nur ein Port benutzt, dann schafft man auch 140 Watt, wenn die Gegebenheiten da sind. Und das ist schon für eine Powerbank echt cool. Firmen wie Anker bringen ja jedes Jahr mehrere Powerbanks auf den Markt. Das bleibt ja nicht bei einer. Und bei dem ganzen Wettbewerb und bei der Preisentwicklung, da muss man sich wahrscheinlich auch mal überlegen, was können wir denn an Features da noch so reinhauen. Und in dem Fall hat Anker der Powerbank Bluetooth spendiert, sodass man sie mit der Anker-App koppeln kann. Das ist die App für die Powerstations und Balkonkraftwerk und so weiter. Das scheint dieselbe App zu sein. Aber ja, das kann man eben machen. Und hier findet man dann so ein paar Dinge, die sicherlich nicht notwendig, aber wie immer nice to have sind. Auf der Übersichtsseite sieht man den aktuellen Ladestand, sieht wie lange die Batterie noch durchhalten würde und man sieht alle eingehenden oder ausgehenden Ladeleistungen gerade. Und das auch relativ genau. Das sieht schön aus, ist übersichtlich gestaltet und man hat sogar unten rechts so einen kleinen Graphen oder beziehungsweise in dem unteren Element so einen kleinen Graphen für die Ein- und Ausgangsleistung. Das ist cool, aber eben zeigt es nur so einen kurzen Augenblick an. Ich würde es cooler finden, wenn man sich von der aktuellen Ladung den kompletten Ladeverlauf nochmal anzeigen lassen könnte. Das würde einem helfen, vielleicht bei irgendwelchen Überwachungen von Geräten oder so zu sehen, wann die Power irgendwie nachlässt oder wann bei der Powerbank die Power nachlässt und so weiter. Vielleicht schmeißen sie das ja noch als Software-Update hinterher. In den Einstellungen hat man dann noch die Möglichkeit, die Anzeige auf dem Display ein bisschen umzustellen und man hat eine Option für optimiertes Laden. Ist für eine Powerbank vielleicht so ein bisschen Overkill, aber für ein, zwei Szenarien macht es schon Sinn. Beim optimierten Laden kann man Eingangs- und Ausgangsleistungen begrenzen. Man kann jetzt keinen Wert einstellen, dass man sagt, es soll nur bis 80% geladen werden oder sowas, wie beim iPhone. So kann man es auch nicht, aber da wird es ja dann so gemacht. Was man machen kann, ist, man kann einen speziellen Zeitraum auswählen, in dem dann die Powerbank reduziert geladen wird oder auch nur reduziert andere Geräte lädt. Das soll eben den Powerbank-Akku oder den Akku der angeschlossenen Geräte schonen. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand wirklich dauerhaft ein Gerät an der Powerbank angeschlossen hat und das dann eben schonend aufladen will. Mag es vielleicht geben. Für das Aufladen von der Powerbank finde ich das aber relativ cool. Und wieso, erkläre ich gleich. Außerdem finden wir in der App noch die Option, die Anzahl der möglichen Ladungen für unsere angeschlossenen Geräte einzusehen. Die sind jetzt nicht automatisch da, die muss man einstellen. Dann gibt man halt das Gerät an, gibt dir der Sache einen Namen. Man hat nicht so viele Zeichen leider übrig. Dann gibt man die Milliampere Stunden an, die das Gerät eben hat und den Akku-Zustand, bei meinem iPhone zum Beispiel 89%. Und dann errechnet diese Anzeige immer, wie oft die Powerbank dieses Gerät laden kann. Eben nach dieser nicht so richtigen Formel, was ich vorhin schon meinte, aber immerhin. Leute stehen halt auf so einer Information. Und ich glaube, das ist ein Kaufargument für so eine Powerbank. Denn als Konsument will ich natürlich wissen, wenn ich hier so viel Geld ausgebe, wie oft kann ich denn mein iPhone oder mein iPad unterwegs damit laden. Und wenn die App dir das anzeigen kann, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Die Info, die man da errechnet, die kann man tatsächlich auch auf dem Display der Powerbank anzeigen lassen. Da habe ich mich erst gefragt, warum, bis ich gecheckt habe, dass das nicht nur der eigentliche Stand bei 100% Akku wäre, wie oft das geladen werden kann, das Gerät, sondern diese Anzeige, dieses, es kann zweimal geladen werden, dreimal geladen werden, passt sich dynamisch an, je nachdem, wie voll der Akku der Powerbank ist. Und dann macht es wiederum Sinn, das auf der Powerbank zu sehen, weil die App passt vielleicht nicht immer zur Hand, aber du klickst zweimal durch, siehst, ah, jetzt habe ich schon mit dem Stand, könnte ich mein iPhone noch ungefähr zweimal laden, auch wenn die Rechnung eben, wie gesagt, nicht ganz korrekt ist. Aber in dem Zusammenhang finde ich das dann schon wieder ein relativ kluges Feature. Aber das wohl verrückteste Feature ist, dass man die Powerbank mithilfe der App suchen kann. Keine Ahnung, wer so ein Klopperteil wirklich verlegen sollte. Wenn das aber mal passiert, könnt ihr in der App die Powerbank suchen, beziehungsweise ihr könnt einen laut piependen Ton abspielen und so könnt ihr sie eben besser finden, wenn sie mal irgendwo verschwunden sein sollte. Außerdem kann man in der App noch der Batterie einen Namen geben, die Batteriegesundheit sehen und Software-Updates machen, falls es irgendwie welche gibt. Also ihr seht schon, es sind schon ein paar ganz coole Features in der App dabei, ein paar, die nützlich sein könnten und ein paar, die nur da sind, um die Einstellungen zu füllen, glaube ich. Aber okay, wichtig ist noch, nur die große Powerbank hat App-Support. Die kleineren Modelle haben das alle nicht. Das ist ein bisschen schade, finde ich auch ein bisschen schwach und das war natürlich auch einer der Gründe, warum ich zum größeren Modell gegriffen habe. Was aber alle Modelle unterstützen, ist das hier und das ist das neue Anker Prime Dock oder die Ladestation für diese Powerbanks. Und ich muss auch hier sagen, das finde ich auch wieder eine recht gute Idee, um ehrlich zu sein. Auf der rechten Seite finden wir einen USB-A-Port und zwei USB-C-Ports. Hier Achtung, nur der rechte USB-C-Port kann 100 Watt. Aber so kann das Dock eben einfach als Tischladestation benutzt werden und man kann eben am Schreibtisch sein Handy oder was auch immer mal eben aufladen. Und auf der Oberseite finden wir einen Connector, der relativ ähnlich zu dem ist, was auf der Unterseite von der Powerbank ist, denn das ist genau das Pound-Down dazu. Man stellt also die Powerbank einfach auf das Dock und sie wird über diesen Connector geladen und das mit bis zu 100 Watt. Das ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Natürlich nur, wenn keine anderen Geräte angeschlossen sind. Und so ist die Powerbank dann jederzeit einsatzbereit, wenn da Strom drauf ist und das Ding quasi jederzeit lädt. Und hier will ich nochmal das optimierte Aufladen aufgreifen, denn dafür finde ich es dann wieder recht praktisch, dass man eine Zeit einstellen kann, weil wenn diese Powerbank die ganze Zeit da drauf steht, muss sie ja nicht vielleicht immer mit 100 Watt durchgeladen werden, sondern man ist eh ein paar Stunden am Schreibtisch, dann stellt man es einfach ein. Die Powerbank wird langsam geladen durch das Dock und wird damit geschont und wenn man sie dann braucht, ist sie hoffentlich trotzdem voll. Das Dock hat noch ein kleines Display an der Vorderseite, das gibt keine Informationen wieder, sondern zeigt nur so einen Ring an, wenn die Powerbank draufgestellt wird. Würde ich cool finden, wenn man hier auch die Ladeleistung sehen würde, die zu den Geräten rausgeht, die man an die USB-Ports anschließt. Aber gut, das war wohl dann am Ende doch nicht mehr drin. Allerdings zeigt die Powerbank auf dem Display an, wie viel Saft sie jetzt gerade von dem Dock bekommt, wenn es auf dem Dock steht und ist ja immerhin was. Strom bekommt das Dock übrigens durch so einen Kaltgerätestecker, der da hinten mit dran ist. Den klemmt man einfach an, man braucht jetzt keinen extra USB-C Charger nochmal dafür. Die 100 Watt kommen quasi so direkt aus der Steckdose. Und apropos Netzteil, das Dock wurde ein bisschen verspätet geliefert und deswegen hat mir Enka einfach noch so ein neues Netzteil von ihnen geschickt. Das ist das 67 Watt, auch gar ein Prime-Netzteil mit drei Ports. Also ziemlich cool, 67 Watt wie gesagt. Und man kann den Stecker hier so einklappen, um es so ein bisschen kompakter für die Reisetasche zu machen. Ist glaube ich relativ neu noch auf dem Markt. Also auch dieses Feature generell, das hat glaube ich noch keiner. Cooles Ding, wäre absolut nicht nötig gewesen. Aber gut, einem Geschenken-Gault und so weiter. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Und ich verlinke es euch auch einfach mal unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch das mal angucken wollt. Gibt es auch noch als 100 Watt Variante. Ansonsten ist das Dock eine wirklich gute Idee und ich hoffe, dass es auch zukünftig noch für weitere Geräte verfügbar sein wird. Nicht, dass jetzt mit jeder neuen Powerbank-Generation wieder ein neues Dock rauskommt. Das wäre echt ein bisschen schwach. So, jetzt aber zum Fazit. Das war ein recht langes Video für eine Powerbank, ich weiß. Aber es gibt auch eben einiges dazu zu sagen. Und zu dem Thema generell gibt es halt eben auch einiges zu sagen. Ich bin trotzdem ganz froh, dass ich nicht letztes Jahr zugeschlagen habe, sondern mir dieses Jahr eben dieses Modell plus Dock kaufen konnte oder gekauft habe. Preislich, ja, da liegt die Powerbank leider bei 190 Euro und das Dock liegt bei 60 Euro. Das letzte Jahresmodell ist jetzt im Preis gefallen, habe ich gesehen. Also wer jetzt nicht sofort eine neue Powerbank braucht, vielleicht wartet ihr noch ein bisschen. Manchmal gibt es ja auch von Enka ganz gute Angebote, dass der Preis ein bisschen fällt. Das ist ein hoher Preis, auch wenn es mit einigen Features kommt, die man eben sich dann ganz gut schönreden kann. Ich rede mir das sowieso schön, weil ich mir gedacht habe, ich mache eh ein Video drüber. Diesmal macht das noch mehr Sinn. Deswegen, ja, okay, Win-Win für mich. Aber alles in allem und wenn man dieses ganze Milliampere Stunden gerechne mal beiseite lässt, ist es wirklich ein gutes Produkt, so wie man es von Enka eben auch gewöhnt ist. Ein sehr schickes Design, was hoffentlich nicht so schnell zerkratzt und eben einiges an teilweise sogar innovativen Features. Sie wird auf jeden Fall jetzt mein Begleiter sein, wenn ich öfter mal länger unterwegs bin und das Dock wird ganz brav zu Hause warten, bis Powerbank und ich wieder zu Hause sind. Ich habe euch alle Powerbanks und die Stock einfach mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Manchmal ist alles verfügbar, manchmal eben nicht. Müsst ihr ab und zu mal schauen. Ansonsten schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, welche Powerbanks ihr so benutzt. Braucht ihr vielleicht auch gar keine, habt aber trotzdem welche, sogar mehrere. Oder habt ihr andere Modelle, die Ähnliches können oder teilweise noch bessere Sachen drauf haben. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht gucke ich mir da auch nochmal die ein oder andere an. Ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lasst dem Kanal ein Abo da und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns aller spätestens beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.